Wir sind froh, dass das Bistro jetzt eröffnet wird. Ich glaube, das Angebot kommt sehr gut an und ich glaube, dass wir mit Herrn Traun jemanden gefunden haben, der große Erfahrung hat, im internationalen Geschäft auch. Unser neues Konzept, ich nenne es gerne Indoor Food Truck, wird eine weltoffene, frische, ehrliche Küche sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Besonders finde ich das Angebot gut, dass man mit dem Essen raussitzen kann. Man könnte auch in den Saal gehen. Also man kann das Essen, muss man nicht hier drin dann essen, wenn zum Beispiel es voll wäre. Bis zum nächsten Mal.